Hallo, wir befinden uns gerade genau hier auf dem Lübecker Marktplatz. Ich bin Caro und ich bin dieses Jahr Teil der jungen Festivalbloggerin des Nordischen Filmfestivals. Ich komme aus Kiel und ich bin 17 Jahre alt. Also ich bin Antonia, ich bin 15 Jahre alt. Hey, ich bin Nassol, ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Clara, ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Maurice, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von wem? Ich bin Lela, ich bin 13 Jahre alt und bin das erste Mal als Festivalbloggerin bei den Nordischen Filmtagen dabei. Hi, ich bin Frieda und ich bin 13 Jahre alt. Hi, ich bin Friedricho und ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Jara und ich bin 13 Jahre alt. Hi, ich bin Lela, ich bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin Tamara und ich bin 17. Ich bin Feline, 16 und ich bin auch dabei. Und ich bin Smilla und ich bin 16. Und wir gehören dieses Jahr zu den Festivalbloggerin. Und wir freuen uns darauf, euch in den nächsten Tagen mitzunehmen, euch das Festival näher zu bringen und neue Erfahrungen zu sammeln. Wir freuen uns auf euch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.